Das Adressbuch einer jungen Frau. Sie lebte in Berlin, in den wilden Zwanzigern. Aber hört die Geschichte hier schon auf? Oder steckt noch viel mehr dahinter? Der Einband nennt eine Adresse. Auch der Künstler Heinrich Zille wohnte hier. Sie müssen Nachbarn gewesen sein. Ist sie auf einem seiner Fotos zu sehen? Ebenso die Notiz. Fennecker, 7.04.1921. An diesem Tag hatte der Film Schloss Vogelöd von Friedrich Wilhelm Murnau seine Premiere am Lichtspieltheater im Marmorhaus. Das Plakat gestaltete Josef Fennecker, ein expressionistischer Maler und Grafiker jener Jahre. War sie zur Filmpremiere eingeladen? Vielleicht ging sie aber auch an diesem Abend ins Theater? Und hatte sich die Karte dafür anhand eines Theatersaalplans aus dem Berliner Adressbuch von 1921 ausgesucht. Diese Fundgrube Berliner Lebens, die interdisziplinär viele interessante Parallelen zutage fördert, aber auch ganz alltägliche Verbindungen aufzeigt. FWM, Douglas 22, entpuppt sich so schnell als Murnau's Wohnort zu jener Zeit. In der Douglasstrasse 22. Der Regisseur war wiederum ein Zögling Max Reinhardts. Dessen Regiebuch zur Uraufführung von Dantons Tod vermittelt ein sehr umfassendes Bild einer Theaterproduktion. Bis hin zu den kleinsten Details für das Bühnenbild und die Arbeit mit den Schauspielern. Passt diese Postkarte da nicht genau ins Bild? Verehrter Murnau, ich hoffe, die Premiere war ein voller Erfolg. Ihre Gittel. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Doch ohne die Möglichkeit eines Kontextes würde es ganz sicher nur das bescheidene Adressbuch einer jungen Berliner Frau bleiben. Ohne die Möglichkeit, überhaupt Zugang dazu zu haben und das möglichst unkompliziert und zeitgemäß aufbereitet, geraten kulturelle Artefakte womöglich in Vergessenheit oder bekommen erst gar nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Die digitale Aufbereitung und Bereitstellung von Kulturgütern erlaubt eine völlig neue Sichtbarkeit und eine Fülle neuer interdisziplinärer Querverbindungen. Altes Wissen wird erhalten, weitergegeben und Neues generiert. Analoge Schätze erwachen digital zu neuem Leben und treten mit den Nutzern in Dialog. Seit 2012 berät und unterstützt Digis Berliner Kulturerbeinstitutionen bei der nachhaltigen Digitalisierung ihrer Objekte. Kulturgut digital. Gemeinsam gute Daten schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017